Ja, hey Schnitzli und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Return to Monkey Island. Wir haben gerade diesen Schrubbi-Report-Bericht bekommen, wo wir fünf Makel protokollieren müssen und außerdem haben wir ganz viele Aufgaben, um die Crew zu überzeugen, doch dafür zu stimmen, nach Monkey Island zu kommen. Wir müssen Messer besorgen, wir müssen Lebenssinn besorgen, wir müssen Unterhaltung besorgen, wir müssen ein Form B besorgen, so viele Sachen. So, aber ich würde sagen, dieses Messer, ne, da hatte ich ja letzte Folge schon überlegt, ob das vielleicht, also das Problem mit dem Messer war ja, es steckt in dem Rücken von dem Typ, der über Bord geworfen wurde und wir haben ja diese Stelle, wo wir unter Deck, also unter die Wasseroberfläche gehen können. Das heißt, ich würde da einfach mal gucken, ob er da vielleicht ist. So, das Ruder ansehen, wir klettern mal runter. Ah, Tatsache, nice! Garlit, du! Hi, was, was geht? Garlit verhöhnen, wie steckt er fest? Er steckt dort am Ruder fest. Er hat auch ein Messer im Rücken, aber das ist eindeutig nicht der Grund, warum er feststeckt. So, so, ja, das Messer wollen wir ja haben. Können wir ihn trotzdem nochmal verhöhnen? Ich muss sagen, ich dachte, du wärst für immer weg. Ich hatte sogar eine nicht geringe Freude daran. Es braucht mehr als ein Bart, um den alten Garlit loszuwerden. Jetzt zieh mich hier raus, bevor ich dich an deinen eigenen Eingeweihten aufhänge, Schrubbi! Hm, aber das heißt jetzt erster Schrubber. Ja, genau, ich wurde befördert. Das heißt jetzt erster Schrubber. Was? Ich? LeChuck hat mir deinen Job gegeben. Dir? Unwahrscheinlich. Ich bevorzuge eine Managementrolle. Weniger Schmarotzen, mehr Faulenzen. Ich werde deine Bauchspeicheldrüse meiner Ratte als Kissen geben! Du solltest vielleicht ein bisschen freundlicher sein. Ja, also, aber bitte. So redet man doch nicht mit seinem einzigen potenziellen Retter. Du solltest vielleicht einen freundlicheren Ton anschlagen. Das ist mein freundlicher Ton, du plappernde Haufen Exkremente! Mhm, ich kann zehn Minuten lang die Luft anhalten und du? Er ist doch ein Zombie. Können Zombies, müssen die atmen? Ist das, ist das wichtig? Außerdem von wegen zehn Minuten, sieben Minuten ist hier oben. Geil, Brush, gib mal nicht so an. Ich bin der Einzige, der weiß, dass du hier unten bist. Stimmt nicht. Ich weiß, dass ich hier unten bin, oder? Ich schätze, da hast du recht. Ha! Verdammt, er hat uns geschlagen. Wenn ich dich hier lasse, glaubst du, du kannst dich befreien? Ich hoffe nicht. Weil er könnte Rache wollen. Wenn ich dich hier lasse, glaubst du, du kannst dich befreien? Natürlich nicht! Glaubst du, ich habe es nicht schon versucht? Es ist eine Frage von Hebelwirkung. Damit meine ich, dass ich einen Hebel nehme und dir damit auf den Kopf haue, wenn du mich nicht sofort hier rausholst. Mhm, mhm. Sobald wir in See stechen, wirst du wahrscheinlich vom Ruder zu breit zerquetscht. Ach, weil das sich so bewegt. Aber erneut, wer ist ein Zombie? Würde ihn das stören? Sobald wir in See stechen, wirst du wahrscheinlich vom Ruder zu breit zerquetscht. Warum sagst du das? Falls du dir Sorgen machst, dass du lange festsitzen könntest. Wenn ich dich in die Finger kriege, werde ich deine beiden Beine essen, sie auskotzen und noch einmal essen! Es wäre also klug von mir, dir diese Gelegenheit nicht zu geben. Ja, genau, da hat er recht. Ich habe Angst, dass ich das sage, dass er uns dann enttarnt, dass wir kein Zombie sind. Aber andererseits, ja, er steckt halt schon fest, ne? Ich kann zehn Minuten lang die Luft anhalten. Und du? Nun, technisch gesehen muss ich gar nicht atmen. Aber es ist ein Reflex, nicht wahr? Ich kann nicht wirklich aufhören, es zu tun. Und es fühlt sich die ganze Zeit an, als würde man ertrinken. Also hol mich sofort hier raus, du kolossaler Trottel! Ah, geht, geht. War nett mit dir zu reden, Garlit. Was meinst du damit, war nett mit dir zu reden? Oh, das meine ich natürlich nicht wörtlich. Ich beende nur höflich unser Gespräch. Warte, nein! Hol mich hier raus, um Himmels Willen! Du Pavian, das wirst du mir büßen! Ich hoffe, er will wirklich keine Rache. So, äh, ich klau mal noch dein Messer, bevor ich wieder gehe. Das ist das Wahlmesser von Flair, Gorys Großmutter. Es ist eine Schönheit. Ja, wir nehmen es auf jeden Fall mit. Du Clown! Danke, Garlit. Das bringt doch nichts. Es hat mich nicht einmal gestört. Ja, ja, aber ich brauche das. Tschüss, Garlit. War schön mit dir. So, dann können wir das direkt wieder abgeben, oder? Das ist super. Und ich überlege noch... Ich überlege die ganze Zeit, was könnten denn Mängel an dem Schiff sein? Denkt ihr... Oh, denkt ihr, es ist ein Mangel, dass Garlit im Ruderfest steckt? Das will ich einmal probieren. Komm, bevor wir das Messer zurückgeben. Lass uns mal gucken, ob wir das niederschreiben können. So als letztes... Als letzten Sigmund ihm gegenüber. Weil, ne, so eine Person im Ruder, das schon... Das gehört sich schon so nicht, ne? An einem Schiff. Ist schon wichtig. Hier, guckt mal. Acht Minuten. Von wegen 10. So, Bericht des ersten Schrubbers. Kann ich das hier... Ja, das zum Bericht hinzufügen. Ich gehe davon aus, dass niemand das hier lesen und hier runterkommen wird, um ihn zu finden. Ja. Okay, cool. Wir klettern zurück. Steht das da jetzt wirklich? Ich muss direkt mal gucken. Zeige mal. Ähm, hier, Bericht des ersten Schrubbers. Unansehnliches Durcheinander behindert das Schiffsruder. Mhm. In der Tat. Da hat er aber auch seine schönste Amtssprache ausgepackt, der Guybrush. So. Aber ich überlege, was können wir noch alles? Oder können wir uns noch beschweren? Das... Das macht Spaß. Sachen aufschreiben, die mich stören. Sowas mache ich gar nicht. Hier vielleicht das Chaos. Was für ein... Also... Das sollte mal jemand schrubben, ne? Mal gucken. Eine Schande. Oh, ja! Er schreibt das direkt auf! Ich muss vorlesen. Was steht da? Trankfleck auf dem Oberdeck. Hm. Ja. Also das ist völlig unansehnlich. Können wir uns auch beschweren, dass er hier hängt? Geht das? AppleBob, den Bericht anbieten? Ja, warum sollte er den wollen? Wieso? Geht auch gar nicht. Na gut. Dann nicht. So. Dann geben wir doch mal das Messer zurück. Mal gucken, ob wir da direkt ein Dankesgeschenk bekommen. Wahrscheinlich noch nicht die, ähm... Na, die, 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 die Mahlzeit für den, äh, Flambé, weil... Die macht er ja erst, wenn der Chefkoch ist. Oder sie. Ähm. Aber... Vielleicht... Gibt's ja ein anderes, danke. Oh, Moment. Vorher noch. Über die Ursprünge des antiken Messers grübeln. Auf jeden Fall. Das ist das Wahlmesser der Großmutter von Flair Gori. Das ist jetzt aber nicht krass gekrügelt. Das war mehr eine Beschreibung. Können wir es hier wiedergeben? Wie? Wir können die es hier nicht wiedergeben. Aber vielleicht muss ich mit ihr reden. Also, Chefköchin. Ach so. Ne, Moment. Ich überlasse dich wieder dem Korn. Ja. War gar nicht für sie, ne? Ja. Ein Moment. Flair Gori ist sie, Flair Gori. So, Entschuldigung. Da hab ich dich glatt verwechselt, die Dame. Bitteschön. Ich habe dein Messer gefunden. Das Messer meiner Großmutter. Danke, Schrubi. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast, aber ich denke, ein Deal ist ein Deal. Ich stimme für deinen dummen Plan. Stimmt. Das hatte ich ganz... Das war bei ihr die Aufgabe. Mensch, und ich dachte, wir müssen das auch noch für die Küche machen. Warum dachte ich das denn? Aber cool. Erste Person überzeugt. Check. So. Was machen wir als nächstes? Weitere Mängel sammeln, würde ich sagen, oder? Was ist denn noch so alles... Wir sind ja auch ein Schrubber. Was ist denn noch so alles dreckig? Können wir uns vielleicht über die Küche beschreiben? Äh, Flair? Ja? Ah, ähm, sorry. Äh, wie steht es um die Titelmelodie? Stimmt, die wollte ich auch gerne eigentlich noch. Wie steht es um die Titelmelodie? Mit weniger Unterbrechungen würde es viel besser laufen. Ich hatte ja gehofft, die Titelmelodie würde vielleicht, äh, die Dame oben inspirieren. So, können wir hier an den Zutaten riechen? Oder vielleicht das modrige Abendessen? Können wir uns darüber mal beschweren? Es würde ewig dauern, das hier alles aufzulisten. Also mache ich einfach einen pauschalen Eintrag für die ganze Kombüse. Wie? Aber da müssen wir noch andere finden. Du hättest einfach... Du hättest einfach alles ausfüllen können. Die gesamte Kombüse ist eine unhygienische Katastrophe. Ja. Da, also... Da ziehen wir uns direkt zurück. So können wir uns hierüber auch beschweren. Wir haben ja hier extra alles dreckig gemacht. Kann ich vielleicht, ähm... Na, hier... Ja, das zum Bericht hinzufügen, auf jeden Fall. Das ist eklig. Und eine Rutschgefahr. Allerdings auch unser Fluchtweg. Andererseits, der Typ, der uns hier eingesperrt hat, ist ja jetzt, äh... Entfernt, sag ich mal. Ein schmieriges Bullauge. So, die Frage ist, was ist die 5? Haben wir noch irgendwas dreckiges? Ich komm mich nochmal überall um. Die Kombüse haben wir ja jetzt. Vielleicht können wir den Arbeitsbereich aufschreiben, dass der zu klein ist. Nö. Hm, schade. Ist bei LeChuck irgendwas dreckig? Ich mein, er hat diese Schnotze an der... Entschuldigung. Diese, diese Schnotze hieß hier an der Decke. Den Schleier? Kann ich mich hier über irgendwas beschweren? Scheint nicht so. Schade. Na gut. Er hat auch ein Stressbällchen. Ja, das braucht er aber auch, der LeChuck. Muss ich mal sagen. Der ist nicht sehr entspannt. Der gute Mann. So. Hm. Diese Krabben? Können wir vielleicht die... Mal? Nö, auch nicht. Hier die Kanone, da ist auch nichts. Vielleicht können wir uns über die Katze beschweren, dass die bissig ist. Aber wir haben ja jetzt wirklich nur Dreck aufgeschrieben, ne? Vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir auch weiterhin Dreck, ähm, machen. Können wir vielleicht noch irgendwas dreckig machen? Das wäre ja mal eine Idee. Das habe ich jetzt nur so dahin gesagt, ne? Aber trotzdem. So. Wir gehen mal hier über die Reling. Wir gehen mal den anderen Weg in den Laderaum. Durch das schmierige Fenster. Guck mal, das könntest du nicht mehr machen, Guybrush, wenn das hier weggemacht wird. Willst du das wirklich? Andererseits meinte Guybrush ja, das gibt eh keiner. So, plump, sind wir wieder drin. Können wir hier noch irgendwas schmieren? Achso, hier ist ja gar kein Schnotz mehr. Na, das ist natürlich blöd. Dann können wir gar keinen Schnotz verteilen. Sorgen um meinen Seesack machen können wir noch. Der Rest meiner Ausrüstung ist da drin. Ich hoffe, sie ist hier unten sicher. Das ist wahrscheinlich in Ordnung. Da, Quizkarte! Die habe ich vorhin übersehen bisher. Nice! Was steht... Das müssen wir natürlich erstmal machen, das Quizbuch öffnen. Wie viele Steinaffen gibt es im zweiten Ring? Ähm... Ja, ich würde sagen, das gebe ich mal weiter an die Kommentare. Wer es weiß, auf jeden Fall da reinschreiben. Ich habe keine Ahnung. So, irgendwann müssen wir die alle noch... Das sind auch richtig viele, ne? Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon welche verpasst wahrscheinlich. Wie viele Seiten sind das? 7, 8, 9, 10 Seiten. 10, 100 Quizkarten. Das ist nicht schlecht. So, sind die S-Bahn. Ne, wir wollen ja nicht unsere lieben Geister... Oh, von Glück reden. Wenigstens riechen sie nicht wie lebende Hühner. Achso, die da hat ein Ei. Ja, konnten wir mit den Hühnern eigentlich noch irgendwas machen? Können die irgendwas für uns kaputtpicken oder so? Wir konnten die füttern, ne? Aber... Weiß ich nicht. Das hat nichts gebracht, ne? Die zu füttern. Legt das das Ei, wenn wir es füttern? Nö. Das ist einfach nur unser Hühnerfutter weg. Ich frage mich, woraus es gemacht ist. Hühner aus Geister-Mais. Ich fütter die alle nochmal. Achso. Dass man das mal wieder neu einsammeln muss. Komm, ne mit. Fütter das Huhn. Nix machen die, wenn wir die gefüttert haben. Vielleicht müssen wir das noch irgendwie versetzen, das Hühnerfutter. Mit irgendwas. Also, vielleicht können wir irgendwas aus der Küche reinmachen. Oder wir können in der Küche irgendein Gewürz ersetzen. Hier noch irgendwie den Dreck auf dem Boden. Ja, das hier zum Bericht. Ich hätte das wohl reinigen sollen. Aber ich überlasse es dem nächsten Schrubi. Das reinige nicht. Das war's. Ich habe meinen Bericht fertig. Ich sollte Ihnen Iron Rose zeigen. Bericht des ersten Schrubbers unter so einem Fettflecken im Laderaum. Ich dachte irgendwie, dass das zwei Einzelne sind. Irgendwie dachte ich, das sind keine zwei Einzelnen. Weiß ich nicht. Weil er in der Küche halt direkt alles markiert hat. Aber na gut. Dann bringen wir das mal zu Iron Rose. Meine Liebe, ich habe hier etwas für dich zum Unterschreiben. Bitte sehr. Könntest du diesen Bericht bitte unterschreiben? Hm. Ja. Sehr gründlich. Siehst du? Ich bin gut in meinem Job. So weit würde ich nicht gehen. Hast du es unterschrieben? Hier. Ich habe noch einen Haufen anderer Berichte, die der Käpt'n unterschreiben muss. Warum nimmst du ihm nicht den ganzen Stapel? Ach, cool. Da würde er sich freuen. So viel Papierkram. Die Papiere überprüfen. Ja, auf jeden Fall. Iron Rose hat es ja richtig gemacht. Es ist ein Stapel Papiere, der auf LeChucks Unterschrift wartet. Ach, können wir vielleicht... Können wir das hier einfach mit reinmachen? Aha. Oho. Es ist ein Stapel Papiere, darunter Putras Beförderungsunterlagen, die LeChuck unterschreiben muss. Ja, dann merkt er das gar nicht, ne? Der kritzelt bestimmt einfach überall seine Signatur drunter. Und dann, bam, hat er es mit unterschrieben. So, wir gehen mal rein. Siehst du nicht, dass ich nachdenke? Mach es kurz, Schrubbi! Ja, ich habe hier wichtige Dokumente für Sie, LeChuck. Das kann nicht warten. Papierkram? Okay, her damit. Alles gestempelt. Jetzt lass mir bitte etwas Ruhe und Frieden. Ja, ja. Mach ich. Ich gehe dann mal. So. Haha, das hat man davon, wenn man hier nichts untersucht. Deswegen immer alles sorgfältig lesen, meine Lieben. Es ist ein Stapel Papiere, die von LeChuck gestempelt wurden. Müssen wir die Iron Rose zurückgeben. Und der abgestempelte Antrag auf Beförderung. Nice. Es ist der Beförderungsantrag von Chefköchin Putra, der von LeChuck abgestempelt wurde. Sehr gut, den geben wir ihr direkt. Sollen wir vorher noch... Moment. Vorher noch die Iron Rose zurückgeben. Rose, an ihren Papierkram erinnern. Rose, was machen Sie hier? Dafür habe ich im Moment keine Zeit. Das sind sowieso alles Sachen, die LeChuck absegnen muss. Hat er doch schon. Also wirklich. Hast du gar nicht geguckt. So, aber dann eben nicht. Dann geben wir eben direkt die Beförderung ab. So, und ich hoffe, dann macht sie uns das leckere Essen für Flambé. Bitte schön. Gute Nachrichten, Chefköchin Putra. Du wurdest offiziell befördert. Ich bin Chefköchin! Chefköchin Putra! Haha! Danke, Schrubi! Du bist fantastisch! Ich schulde dir was! Ähm, erster Schrubber. Ja, ja, also bitte mit Chefköchin Putra sprechen. Also, Chefköchin! Ja, äh, jetzt wo du Chef... 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 Chefköchin bist. Jetzt wo du Chefköchin bist, würdest du mir brennendes Alaska zubereiten? Natürlich! Ich muss dich allerdings warnen. Es wird nicht sehr scharf sein. Haha, das wird schon gehen. Du würdest die vollwertige Version sowieso nicht mögen. Ja, er hat gesagt, dass es immer nicht scharf genug macht, ne? Darf ich dich unterbrechen? Mal gucken, wie macht da irgendwas? Manche Chefköche verwenden heutzutage Schuppen aus der Dose. Aber ich würde nie eine derartige Abkürzung nehmen. Brennendes Alaska! Extra mild! Danke! Sieht gut aus! Also, sieht wirklich gut aus. Uh! Brennendes Alaska ausliefern. Ich würde eigentlich gern ein bisschen träbieren. Oh oh! Salzig! Oh oh! Jetzt habe ich voll abgebissen. Er hat wirklich... Kann ich das auch essen? Was passiert, wenn ich noch ein bisschen nehme? Salzig! Okay, ne. Passiert dasselbe. Na, dann liefern wir es mal aus. Oh, es sieht im Inventar auch zum Glück wieder ganz aus. Ich bin froh. Ich hatte wirklich Angst, dass er dann... Ja, dass er das dann nicht ist, ne? Wenn wir schon abgebissen haben. Dann bringen wir es ihm nochmal. Andererseits ist es ja nicht scharf genug. Die Frage ist, was können wir reinmachen, damit es schärfer wird? Wir müssen halt irgendwie eine Todesgenie finden oder so. Vielleicht können wir es bei den eigenen Haaren... Können wir... Ne. Können wir es... Ich musste ein paar Gefallen einfordern, aber ich habe es geschafft, dir das zu besorgen. Nimm diese Monstrosität weg! Ihre Fahrtheit beleidigt mich schon aus der Ferne. Brennendes Alaska muss wie ein heißer Schürhaken auf der Zunge sein. Verdammt. Haben wir vielleicht irgendwo... Ja, ich weiß nicht. Schwarzpulver oder so. Was haben wir dran, Frau Räte? Ist das Ding geladen? Ist hier vielleicht... Das wäre ja... Schwarzpulver wäre ja cool, ne? Kann ich hier... Ne, geht nicht. Huch! Moment. Ich spürze das brennende Alaska auf das heiße, schwitze Ding auf. Ach, wir servieren einfach wirklich einen glühenden Schürhaken. Ja, gut. Das klingt vielversprechend, ist aber unpraktisch zum Mitnehmen. Ach so. Hm. Kann ich vielleicht... Kann ich mir was abschmiggeln? Einfach so eine kleine... So eine kleine Prise die Spitze abschneiden. Ja! Nice! Und jetzt, dass da reinsteckt, immer noch glühend heiß? Damit sollte es schön brennen. Okay, wir servieren ihm einfach wirklich einen brennenden Schürhaken. Na dann, auf geht's! Nichts mach ich lieber. Ich hab ein bisschen Angst um ihn. Andererseits so als Dämon... Nun... Vielleicht kann er das ab... Ich musste ein paar Gefallen einfordern, aber ich habe es geschafft, dir das zu besorgen. Ein brennendes Alaska. Schulden zu haben. Also sagen wir einfach, dass ich für dich stimmen werde, wenn wir das nächste Mal über deinen Plan sprechen. Den mit den Affen. Nice! Aber, meinst du nicht gerade, da fehlt was? Hart am Arbeiten? Niemals! Ja, sehr gut. Ähm, so, ja, weiter... Weiter mit der schlechten Arbeit! Immer! Können wir jetzt hier das Buch klauen? Weiter nach dem Buchfragen. Wir bitten, das Buch ausleihen zu dürfen. Auf jeden Fall! Du liest das ja nicht. Kann ich's mir ausleihen? Sicher! Ich überlasse es dir für den Rest des Tages. Danke! Cool! Oh, aber das wird den, ähm, Typ, der da hängt, nicht freuen, dass es am Ende des Tages zurückgeben muss, ne? Andererseits, das sagen wir ihm vielleicht einfach nicht. Mal gucken, ob das hilft. Ah, nein! Nicht hier rüber rennen. Entschuldigung. Ich wollte doch nur ins Inventar. So. Das Witzebuch über... Oh ja, wir gucken erst mal. Das ist Flambees Unterwelt-Witzebuch. Mit Witzen über Dämonen und Dingen aus der Unterwelt. Okay, na dann. Magst du das? Apple Bob. Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Hey, das sieht vielversprechend aus. Danke. Ich schulde dir was. Kann ich auf deine Stimme zählen, um nach Monkey Island zu gehen? Ist klar, kein Problem. Nice. Und das ist das Letzte, was wir machen müssen. Aus zu überreden. Indem wir irgendwie ihren Glauben an eine Chuck wiedergeben. Ist denn vielleicht mittlerweile das Lied fertig? Ich habe ja das Gefühl, das Lied könnte helfen, ne? Äh, Flair? Ach, was ist... Hier, wie steht es um die Titelmelodie? Wie steht es um die Titelmelodie? Mit weniger Unterbrechungen würde es viel besser laufen. Hm, was könnten wir ihr denn geben, damit es besser läuft? Vielleicht... Vielleicht mag Murray sie inspirieren? Ne. Hm, was könnte sie... Was könnte sie inspirieren? Ach, die ins... Oh! Inspiration! Die inspirierende Einführungsbroschüre! Na, wenn das noch nichts ist! Das... Das muss jetzt sein, oder? Ach, verdammt! Aber da stand inspirierend dran! Was fällt euch ein, mich so hinter das Licht zu fühlen? Was könnte sonst helfen? Ja, die Papiere wohl kaum. Ne, weiß ich tatsächlich nicht. Schade. Hm. Tja. Was machen wir da? Dass sie irgendwie inspirieren. Vielleicht reden wir einfach nochmal mit ihr. Vielleicht hat sie irgendwas... Ich finde, du solltest trotzdem für Monkey Island stimmen. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich habe eine Glaubenskrise. Ach, Moment. Denn ich lasse mich nicht von der Chuck inspirieren, seinem Beispiel zu folgen. Okay. Vielleicht braucht sie einfach die inspirierende Einführungsbroschüre. Wie wär's denn damit? Hier, Rose. Ja, inspirierende Lektüre anbieten. Erinnerst du dich daran, dass du mir das bei meiner Einweisung gegeben hast? Da stehen ein paar gute Sachen drin. Ach, ja. Ich habe das selbst zusammengestellt, weißt du? Kein Witz? Hm. Hm. Vertrauen missbrauchen. Betrug begehen. Körperverletzung androhen. So unerschütterlich. So unapologetisch und rücksichtslos. Das erinnert mich wirklich an früher. Mich auch? Äh, an heute Morgen in meinem Fall. LeChuck ist wirklich ein toller Anführer. Du kannst das behalten, wenn du willst. Nein, danke. Jetzt weiß ich wieder, warum ich LeChuck überall hin folgen will. Selbst wenn ich denke, dass er etwas Dummes tut. Nur um das klarzustellen. Das heißt, du stimmst jetzt für Monkey Island. Ja. Auch wenn ich weiß, dass du das willst. Ist okay für mich. Ich glaube, ich habe jetzt die Unterstützung von allen. Zeit für eine weitere Abstimmung. Auf jeden Fall. So, Wiederholung der Abstimmung beantragen. Nice. Können wir nochmal darüber abstimmen, ob wir nach Monkey Island fahren? Wenn du eine weitere Abstimmung willst, läute die Glocke selbst. Ja, natürlich. Entschuldigung. Also, das hier rüber zu laufen, das will ich wirklich nicht von dir verlangen. Vor allem bist du ja letztes Mal nicht mehr. Du hast einen Stein geworfen. Aber na gut. Die Schiffsglocke läuten. Okay, und Guybrush geht sogar von ganz allein zurück. Abstimmungsstunde. Die Versammlung wird zur Ordnung gerufen. Gibt es Angelegenheiten, über die abgestimmt werden sollen? Madisons Schiff nach Monkey Island folgen. Dafür stimme ich mit Aye. 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 Sechs Stimmen dafür, keine dagegen. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, Oma. Macht euch bereit. Wir folgen dem anderen Schiff, sobald es losgeht. Ja! Nice. Das heißt, wir müssen ihnen jetzt nur noch den gekletterten Schädel bringen. Und dann bist du nach Monkey Island aufgebrochen. Nicht sofort. Ich musste erst noch LeChucks Karte des Geheimnisses in die Finger bekommen. Ja, und wir müssen irgendwie dem anderen Schiff den gekletterten Schädel geben, oder? Und die Frage ist, die Karte liegt da ja bisher noch gar nicht, ne? Als Wagen, die Kabine zu betreten. Was? Vielleicht können wir ihm jetzt endlich mal davon erzählen. Ich will diese Karte. Ja, genau. Aber, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge von Return to Monkey Island. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like da. Und damit bis dann! Bis dann! Bis dann!